Hallo meine lieben Pfarrhause, ganz liebe Grüße aus Neuseeland. Ich bin hier gerade in so einem kleinen Dorf gelandet und ja hier kann man einfach ein Video drehen. Da dachte ich, mache ich das mal für euch. Ich kann sogar ein paar Fotos mit reinsetzen. Deswegen erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen nach wo ich lang gefahren bin. Ich bin unten die ganze Küste lang gefahren in den Catlins und hab einfach relaxt. Man konnte überall irgendwo anhalten, da schlafen. Am Strand, das war einfach total schön. Ja, Pinguine gesehen, Seelöwen, Delfine, das war echt richtig still. Da bin ich nach Dunypen hochgefahren. Da hat es dann angefangen nur noch zu regnen. Es hat nicht mehr aufgehört. Da musste ich mein Auto irgendwie noch die ganze Zeit reparieren, dann bin ich von Werkstatt zu Werkstatt gelaufen. Dann bin ich ein bisschen weiter gefahren und hab Albatrosse gesehen. Das war sehr beeindruckend. Nach den Albatrossen bin ich weiter gefahren, die Küste hoch, nach Oma Rau. Das ist ein ganz kleines Örtchen. Dann bin ich in so einen Pinguin-Club reingekommen. Da sind dann so, ja da waren irgendwie jung und alt alles zusammen und dann so Jam Night. Das heißt, sie da hat irgendwie was gespielt. Das war total nett und da war eine so eine Band. Die war halt so, sich so älter halt angezogen. Hatte so kleine Gitarren und haben da richtig abgezogen. Die ganze Papp ist da abgegangen. Das war echt sehr schön. Dann bin ich nach Maunkook gefahren. Das war echt unglaublich. Ich hatte noch ein anderes Wetter gewechselt. Das war super schönes Wetter. Die Sonne hat geschienen und ich dachte, wow, was das Riesenberge. Wenn man guckt, ist 3.000 Meter hoch. Da ist oben halt alles voller Schnee und das ist unglaublich. Dann kann man dann in den gegenüberliegenden Berg hochwandern, ungefähr 1.000 Meter. Der ist 2.000 Meter hoch, aber man startet ungefähr 900 Meter. Und das geht einfach nur 3,5 Stunden so bergauf. Aber es ist super anstrengend, richtig anstrengend. Aber wenn man dann da oben ist, hat man den Blick auf die andere Seite. Das ist unglaublich schön. Und dann, da war ich drei Tage, bin hochgeklettert, war sehr traurig, dass ich oben nicht geschlafen habe, weil bei Sonnenvergang muss das unglaublich sein. Aber weil das Wetter immer so sehr schnell wechselt, wollte ich da nicht mit Zelt stehen. Aber es war sehr, sehr gutes Wetter. Dann bin ich wieder runter, bin nach drei Tagen weitergefahren und bin zu den Seen gefahren. Am letzten, jetzt die letzten paar Tage war ich am Lake de Capo. Der ist einfach knallblau. Und da stand ich einfach mit meinem Auto, hab einfach ein paar Tage mehr, ja, eigentlich zwei Tage, war ich da und hab einfach umgelaufen, bin wieder auf Berge hochgeklettert. Ja, aber unglaublich schön. Und jetzt fahr ich langsam wieder in den Norden hoch. Offenbar komme ich jetzt mal nach drei Monaten, vier Monaten an, um den letzten Monat oben in der Nordinsel zu verbringen. Und da ist das Wetter hoffentlich auch ein bisschen besser. Also generell ist in Norden halt, ist wärmer. Ähm, ja, nur mal gespannt. Jetzt sind es ja auch nur noch zwei Monate und dann bin ich schon wieder zu Hause. Und ich freue mich so sehr, euch alle wiederzusehen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber jetzt die zwei Monate bin ich sicher, einfach noch mit meinem Auto rumzureiten. Ja, ich hoffe euch geht's allen gut und bis ganz bald. Okay. Okay